moin was geht ab ihr lümmels herzlich willkommen zu einer weiteren folge der wissen waren mit dabei wie immer kanto meister und wir brauchen noch wie viele punkte brauchen auf dem klassenerhalt zwei naja also wer die letzte folge verpasst hat schämt euch auf jeden fall nachschauen das war echt einfach einfach nur heftig er was wir da gemacht haben und das machen wir natürlich jetzt weiter nur halt ohne vorher so krass in die scheiße zu packen absolut nicht schade zu weit egal trotzdem schöner versuch oh gott oh gott schilden alles cool was macht bis schick denn um also bei besitz nur heute muss ich ergeben wir gerade ein bisschen unsicher alles geplant schade alter ich dachte gerade eben noch hat läuft die noch in den schuss dachte mir so nein alter bitte nicht bitte nicht jetzt schade schön also schöner versuch meine ich damit ja schade nenne schön hast du alles gut ab ihn aber auch doch nicht egal er hat sie verkackt warte schön warte ich komm nach jetzt schön danke schön ah ja runter fuck man scheiße man ich hab's doch gelesen stand auch in der zeitung mensch schlecht ja ich mach weg hast du oh sehr schön bleib zurück schade man könnte ich gar nichts mehr schön genau im richtigen moment attackiert scheiße ich dachte nur das weiter ja ne fach du machst einfach im rückraum ja ich dachte nur das weiter schade man egal immer schön im rückraum na fuck ich dachte ich krieg ihn noch mal achtung oben schön schön reingestellt da läuft irgendwie keiner mit nicht mal harland irgendwie will da keiner gerade ah scheiße scheiße jetzt um frei alles gut hast du schön hast du na nicht ganz ne geht weg oh lol da hat er sich aber nochmal gesenkt ja man alter jetzt voll jetzt vollspeed ach gott ist reuss ne dann ist nicht mehr mit vollspeed oh schon nein man er hat's absolut gelesen dass ich nochmal hochgehe ich bin nicht ausgerastet nein alles gut bitte schön das war so ein geiler konter man ja egal wir kriegen sie noch keine angst nein du dumme Sau Achtung oben naja hat Birki okay hat Birki eher so nicht so Birki mach jetzt nicht den neuer mach jetzt nicht den neuer Kollege hast du? oh mein Gott ja hab ich ja hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht komm ich aber nicht mehr da durch hab ich nochmal zurück oder nicht jawohl weggeblockt ja wir haben es schön rausgeholt und nochmal gelb ja groß brauchst du nicht gucken du scheiße groß oh alter ich lauf mit Sancho ne noch das da hin oder mach doch mehr zentral ich hab die Pointe verpasst ja wow oh man wenn du jetzt nochmal zu ihm gelaufen wärst ja und ich denke wie wärst da dann hättest du ihn gehabt ja aber ich hab ich hab nicht damit gerechnet dass dir der hinläuft weißt du und ja bis ne dass er dahin läuft bis Saga Du oder bis ich mit Saga Du da gewesen wäre da war ja schon zu spät oh man egal ist doch erster Halbzeit nein das faktisch trotzdem ab so unnötig ja hast recht aber Tön ich hasse Konter alter es ist so lächerlich so wir flexen die jetzt weg ich lauf durch ach scheiße also doch ich bin durchgelaufen ja hab ich auch gedacht deswegen hab ich grad den Ball gesucht ich so hä wo ist der jetzt schön ach schade sehr schön unten schön noch mal zurück direkt jetzt ja Mann unten nein 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 egal schade Irgendeiner, Mann. Hauptsache, ich bin nur die Langsamen. Hast du. Schön. Oben. Okay. Komm, Haaland. Ja. Mach ihn. Nein. Schade. Komm, immer weiter, immer weiter. Wir schaffen das. Schön. Passen. 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 Ja, schön. Nochmal. Hallei. Hast du. Hast du? Schade. Oh, fuck, Mann. Egal. Alles gut. Doch. Hier. Oh, Junge. Oh, Junge, richtig nice. Oh, Alter. Hör an den Pfosten. Schönes Ding, Alter. Auf jeden Fall. Ja, das war abzusehen, Alter. So wie wir die angefangen haben auszuspielen. Hast du, hast du, hast du, hast du schön reingestellt. Schönes Ding. Schönes Ding. Man kennt ihn. Egal, er soll den Inhalt haben. Oh, man war erst mal entspannt. Land. Land. Oh, leid. Land? Ja, ich dachte, du nur haha gesagt hast. Ach so. Hab ich, hast du, hat keiner. Doch, der Gegner. Ne, weg. Ich werd nicht nervös. Ja, jetzt ist es zu spät. Er kommt schon angetrabt. Gesundheit. Danke. Oh. Ach du Scheiße. Der war zu schwach. Der war richtig scheiße. Der hätte ich vielleicht hoch machen sollen. Ja, aber dann wäre er wahrscheinlich zu bald gewesen. Aber nicht, wenn ich hochgepasst hätte. Also nicht steif passt, sondern normaler passt, weißt du. Schön. Oh nein. Egal. Ehe abseits, ne? Okay. Was ist los? Ey, was machst du, Alter? Gritsch, weg. Ich hab, ich wollte nach unten. Dann kam er nach unten. Dann hab ich eigentlich auch Flanken gedrückt. Und dann ist das passiert. Ach, alles gut. Ja, das geht rot, ne? Scheißegal. Ich hab ja gesagt, Gritsch weg. Na ja. Man kann ja alles wieder ändern. Ja. Ja, ich mein, unter 2 hat sich ja bei uns herauskristallisiert. Ist nicht unbedingt immer ein Nachteil. Genau. Ja. Fehlt uns halt vorne ein. Ist ja auch scheißegal. Oh, mein Gott. Ach, wir müssen ja noch schießen. Na ja. Also noch sind wir... Was hast du denn für Krämpfe? Ja, der kann angelaubt und alles war zugestellt. Alles gut, Digga. Drück. Alter, stell dir mal vor, der wäre reingegangen. Stell dir das mal vor, Alter. Wer ist? Warum läufst du denn nicht? Ja, ich hatte ihn ja nicht. Scheiße, Mann. Der Witze. Komm, das Spiel ist noch nicht vorbei. Schön. Schade, Mann, Alter. Schön gedacht. Das ist nicht wahr, Alter. Das ist so unverdient. Das ist so unverdient. Nee, da komme ich nicht dran. Hast du? Schön. Schade. Das ist unfassbar, Mann. Schön. Oh, Mann. Hast du? Schön. Ach so, okay. Interessant. Zwei Idioten, ein Gedanke. Der Spieler guckt nur so, okay, mach dir mal. Schöne Geldsche. Schade, Mann. Gut, Leute. Nach einem kurzen Break sehen wir uns zur zweiten Partie wieder. Bis gleich. Ja, willkommen zurück aus der Halbzeitpause. Wir sind back am Stösel. Ich glaube, wir spielen gegen dieselben. Ich kann es aber aktuell noch nicht sagen. Aber wir geben dir jetzt auch nicht den Ball. Nö. Und wir zerpflücken die. Also bereite dich auf Zerbumsung vor. Oh, der ist im Abseits. Das andere, wir geben dir nicht den Ball. Ja. Ne, das ist ein anderer. Schade. Also die hießen Pisser und King Kong oder so. Ne, ne, die heißen jetzt Pisser und King Kong. Ja, das sind dieselben dann. Hä, okay. Gut. Dann gibt es ein Rückspiel. Ne, oben. Also, oben mit Brand ist egal. Schön. Ich spiele immer noch nicht mit Brand. Ja, tut mir leid, du Model. Dranbleiben, dranbleiben. Ah, er hat mich weggeblockt, die dumme Sau. Wofür, die? Was denn jetzt? Hä? Was? War faul? Von wem? Keine Ahnung. Ja, angeblich anscheinend von mir. Und er war, ich war ja der Einzige, der bei denen da dran war. Aber... Hä? Naja. Wenn, dann haben die höchstens mich gefolgt, weil der mich weggecheckt hat. Aber, hey, ist okay, FIFA. Hast du. Ah, easy. Oh! Das ist easy. Schön. Genau, da solltet ihr auch hin. Oh! Was ist cool. Scheiße. Was war das denn? Okay, das habe ich nicht in Auftrag gegeben, aber ist okay. Ja, moin. Ach so, und das gibt noch nicht mal was. Ist interessant. EA. Interessant. Ach so, und das ist dann ein Foul. Ah, okay, gut. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Dann weiß ich jetzt, wie das hier läuft. Jetzt. Na, schade. Ja, die sind manchmal echt für eine Arsch. Habe ich... Birki? Hast du, passt. Zurück? Oh, leih. Äh, okay, das andere zurück, vielleicht? Schade. Mann. Ich dachte, du machst auch direkt so irgendwie nach vorne. Ach, ich bleib bitte. Habe ich jetzt die Flanke nach vorne gemacht? Alles gut. Oh, fuck. Und Elfmeter. Keine Karte. Na, passt doch schon mal das Positive daran. Komm, den hältst du. Ramos. Links. Mit Mitte. Mitzer. Ja, dann... Ja, hören wir auf, deine Intuition. Mach ich auch. Ja, du hast mich jetzt gerade beeinflusst. Sorry. Schön. Schön. Kommt, Zancho, Alter. Nein. Ahn. Ich kotze. Oh, schön, Alter. Unten. Jetzt. Ah, zu spät. Egal, habe ich... Wer wäre das jetzt... Ja, nee, war ja eigentlich passiv, ne? Nein, weil der hat ja berührt. Ja. Oh, der hat den berührt. Neue Situation. Eigentlich. Ja, ja, schön. Schön, schön, schön. Hackel. Warte, oh. Okay. Belastend. Ach, fuck. Schön. Hast du? Gut. Okay. Interessant. Du hast zu oft mit Hackel in dem Moment. Ja, ich habe halt gesehen, dass du weiterläufst. Deswegen wollte ich halt direkt zu dir spielen dann. Ja, ja, leichte Abstimmungsschwierigkeit. Warte. Ja, ja, alles gut. Weil irgendwie haben wir uns da jetzt überhaupt nicht abgesprochen. Beide laufen auf gleiche. Ja, weil du hast dich nach oben, dann versuchst du mit Hackel, obwohl der Gegenspiel... Nein, ich meinte jetzt gerade bei der Situation hier außen. Ja, das weiß ich trotzdem. Achtung, Achtung, ich habe gepasst. Ja, komme ich nicht dran. Alles gut. Ja. Wow. Mann, Alter! Was ist denn jetzt los? Ja, Digga, das ist einfach nur Dummheit von uns. Ja, das stimmt. Passen, dann irgendwie nochmal passen und dann ist der Ball weg. Und dann grätschen, Elfmeter. Ja, ja, ja. Keine Ahnung, ich versuche es mal offensiv. Ja. Haben wir letztes Spiel, glaube ich, gar nicht gehabt. Nee. Weil wir dann hinten so offen stehen. Schön. Wahrscheinlich. Warte. Ja. Schön. Danke. Ja! Ah, schade, Mann. Schöner Versuch. Danke. Ja, da habe ich schon gedrückt gehabt. Was? Oben. Äh, äh, äh. Ja, nee. Alles gut. Ah, warum? Ja. Unten. Schön. Nice. Komm, hol ihn dir. Na, ah, schade. Schöner Versuch. Schöner Versuch. Äh, ey, komm, erzähl mir keinen. Schön. Komm, witze, 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 komm. Ja, schön, witze. Komm. Hä? Äh, abseits. Ach, komm, ey. Äh. Den haben wir. Oh, Böki! Warum? Das ist so dumm manchmal einfach nur, ey. Boah, ist das, das ist so ärgerlich immer. Weißt du, manchmal kriegst du dann, äh, den Böki. Manchmal hat nur die KI den. Ey. Ey, das ist dumm. Ey, komm, wir haben es auf jeden Fall locker noch drin. Wir haben die schon gut unter Druck gesetzt hier. Jetzt müssen wir sie nur noch verwerten, die Chancen. Ach, shit. Ey, Mann. Egal, was die machen, ist einfach kein Foul, ne? Ja, das ist halt echt heftig, ey. Oh, lol. Ach, shit. Oh, Mann, ey. Den hast du. Hast du? Ach, schade, Mann. Nice. Also, heißt Rhyme nicht. Schön. Danke. Neu mal zurück. Oder so. Ja, schön. Ja. 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 Nein. Ecke. Ja. 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 Nein. Scheiße. Mann. Passt du nicht. Sorry. Ich passt es einfach nicht. Ich. Du hast den. Reus. Reus. Ach, schade. Sag am besten nächstes Mal die Richtung, nicht Reus, weil ich kann nicht so schnell gucken und halt, ah, das ist der, das ist der, das ist der. Der standen alle auf einer Linie halt. Nein, ich dachte, der kommt durch. Schön. Mach wieder auf. Um. Unten. Nee, abseits wäre es gewesen. Ah, scheiße. Habe ich? Nein, habe ich nicht. Kacke. Aus. Noch nicht. Habe ich. Schön, schön, schön. Bitte. Ach, shit. Und? Zu spät. Oh. Ach, Salz. Schade, Alter. Oh, Junge, ey, wir haben so heftige Chancen, ne? Aber wir kriegen sie einfach nicht verwertet. Ja, wow. Ach, und das ist kein Foul, ne? Ja. Habe ich. Habe ich. Habe ich nicht mehr. Scheiße. Ja, der ist durch. Puh, schön. Komm, Alter, immer noch 27 Minuten. Ja. Immer weit jetzt. Ja, ja, klar, weil dafür stehen wir viel zu weit vorne. Was? Komm, kämpf durch. Kämpf durch, alles klar. Wollte erst setz dich durchsagen, dann kämpfen. Ja, egal. You know what I mean. Boah, das gibt es einfach nicht mehr. Na ja, die spielen einfach nur noch weit und sind dann durch, ne? Boah, schlechter Schuss. Warte. Ah, shit. Setz dich doch durch, du Schlampe. Es gibt's, ja, Alter, du bist ja auch noch da. Habe ich nicht. Egal. Nee, Digga, das können wir vergessen, Mann. Nein, Mann, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wir schießen nicht ein Tor. Ja, kann sich ändern. Es ist so belastend, Mann. Vielleicht soll man wieder zurückstellen, die Taktik? Ja, bringt ja eh nix, ne? Irgendwie nicht so. Ja, doch, nachdem ich umgestellt hatte, hatten wir ja die Chancen. Die hatten wir ja aber schon die ganze Zeit. Schön. Habe ich. Alles gut. Lo, ah, shit. Oh, Reus ist so langsam. Leider war. Habe ich. Nein. Die Mitte wäre wesentlich einfacher gewesen. Ach, komm, komm, Mann, 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 Alter. Es gibt es nicht. Hast du eigentlich Taktik ungestellt auf Dinge jetzt wieder? Okay. Ja, ich frag doch nur. Abseits. Hey, aber der hat doch nur kurz gepfiffen, als wenn es... Ach, komm, ey. E-E-A. Werd der jetzt reingegangen, ne? Es ist so frustrierend, Mann. Dreck oben. Schön. Blatt zurück. Ey, guck mal, er läuft da einfach rein, hat den Ball. Und ich, ich guck vorbei, alles klar. Bleib mit dir. Oh. Was, 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 wie, wie, wie passt der denn? Schön. Habt ihr mal Ball gehabt, oder was, jetzt? Ich spiel zum ersten Mal in meinem Leben Fußball. Was für Piss. Oh. Guck dir das an, guck dir das an, Digga. Die sind alle hinten, Mann. Also, komm, Alter. Ey, Junge, der zieht mir die Beine weg und der pfeift nicht. Fotze. Ah, Digga. Ah, komm, setz dich durch. Okay. Ja. Dieses andere durchsetzen. Oh, Digga. Das war doch dumm. Ah. Pff. Gut, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Wir sehen uns bei der nächsten, bis dahin, not rein, cheerio! Wir sehen uns beim nächsten Mal.